ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der S&P 500 hat gestern kurz vor dem dezember hoch wieder gedreht und warum eine reaktion in der nähe dieses tiefs so entscheidend ist also wenn wir uns mal genauer anschauen den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollen sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los wir sind im wochenchart der S&P 500 hat kurz vor dem dezember tief bei 3788 punkten gedreht und den wochenverlust wieder ausgleichen können gegenüber dem jahreshoch ist der index zwischenzeitlich fast um zehn prozent zurückgefallen der mittelfristige trend der seit oktober anhält ist aufwärts gerichtet und solange das genannte tief hier unten nicht durchbrochen wird könnte sich das us börsenbarometer erholen und dann noch mal das jahreshoch an visieren bei 4208 punkten die käufer müssen jetzt allerdings bald aktiv werden denn der spielraum nach unten ist sehr begrenzt und der langfristige trend ist noch abwärts gerichtet also ein bruch unter die unterstützung oder unter das tief könnte dann der auslöser für eine größere verkaufswelle sein und das jahrestief oder das tief aus dem jahr 2022 bei 3502 punkten und das tief um oktober 2020 bei 3225 punkten das könnten dann mögliche ziele sein um den abwärtstrend zu beenden muss das august hoch hier oben bei 4327 punkten durchbrochen werden und ein ja ein erster hinweis auf eine trendwende wäre ein anstieg über das zwischenhoch bei 4159 punkten wo die bullen ja bereits dreimal gescheitert sind also übergeordnet übergeordnet haben die wären also noch einen vorteil aber kurzfristig könnte es nochmals die möglichkeit geben sich zu erholen lasst gerne einen daumen da mehr hintergrundinformationen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer und mit der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal